Und nun, und nun, liebes Publikum, schalten wir um ins Studio nach Berlin zur internationalen deutschen Hitparade! Ja! Samstag haben 19.30 Uhr und 28 Sekunden. Wir melden uns live aus Berlin mit der deutschen Hitparade. Ja, und ein kleiner Applaus für mich. Ja, ja? Also wir haben, das ist eine absolute Sensation, seit Wochen war er die Nummer 1, der gute alte Fuckberry. Doch heute, er ist abgelöst worden mit 87.311 Stimmen. Er ist auf dem absoluten ersten Platz gelandet. Und zwar, es ist, Sie kennen ihn alle, es ist Reh Gensburg! Applaus! Reh, du hast vor 28 Jahren einen Riesen-Hit gehabt. Ja, nimm doch das Mikro! Also ich muss das so profikum erklären, wir duzen uns schon seit Jahren. Vor 28 Jahren hast du deinen Riesen-Hit gehabt. Was hast du so lange gemacht? Äh, bonsoir erst mal, äh, bonsoir. Äh, also ich muss es erklären, ich hab's glaub ich... Ich glaub ich hab's 28 Jahre im Studio getrieben. Äh, äh... Aha, das ist wunderbar und hochinteressant. Du hast uns heute deinen neuen Titel mitgebracht. Ähm, wie war doch gleich der Titel? Äh, das war Wildschwein. Äh, äh, bonsoir. Äh, äh, notre Titel... Er hat uns heute Wildschwein mitgebracht, das versucht er uns gerade auf Französisch klarzumachen. Und er hat noch ein paar bekannte Mitmusiker. Aber ich mach jetzt die Bühne frei für Reh Gensburg! Äh, also ich möchte jetzt erst mal meine Musiker hier vorstellen. Chez le Bas, c'est Monsieur Facco Pastorius. Applaus, applaus, applaus! Äh, äh, à la Keyboard. Mon Kibo der Afrikan. Fick, auf die! Fick, auf die! Fick, auf die! Äh, mon Guitarrist. Auf die! Ich schmeiß da mal einer die Girls da raus. Mon Guitarrist, c'est Fackberry! Yeah! Stop, I want a little bit of more applause, ladies and gentlemen. Auf die! Auf die! We do it just once more, yeah? Yeah! 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 Hey! Äh, mesdames, messieurs. Äh, äh, wir feiern in diesem Jahr die 200-Jahr-Feier von unserer berühmten französischen Revolution. Aus diesem Anlass bin ich heute Abend hier und, äh, präsentiere meine Lieblings-Mütz. C'est la, la französische Mütz. Äh, 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 unser Guitarrist hat, äh, angezapft, unser neueste Id, den heißt Wildschwein. Wildschwein, lass mich dein Eber sein. Wildschwein, oui, das ist doch nicht mehr fein. Wildschwein, oui, lass mich doch bitte rein. Äh, ne, oui. Wildschwein, oui, ich krieg mich nicht mehr ein. Wildschwein, oui, wir fang gleich richtig an. Oh, Wildschwein, oui, manchmal bin ich dein Mann. Oh, Wildschwein, lass mich dein Eber sein. Oh, Wildschwein, oui. Ich krieg mich nicht mehr ein und so. Oh, Wildschwein, oui, lass mich doch bitte mal rein. Oh, Wildschwein, oui, ich krieg mich nicht mehr ein. Wildschwein, du grunzt so. Komm mit in meinen Stall. Wildschwein, du grunzt so. Oh, Wildschwein, oui, die Guitarrin sind weg. Wildschwein, du grunzt so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020